So, jetzt hören wir uns mal die schlechtesten Deutsch-Rap-Lines 2020 an. Ich bin gespannt. Also, eigentlich kann ich gar nicht drüber lachen, weil ich bin ja selber kein Rapper und kein Textschreiber. Und ich könnte auch keinen Text krass schreiben, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich irgendwann einen Song machen würde, dann müsste mir safe jemand helfen. Ich könnte jetzt niemals hier irgendwie krass flauen oder sonst irgendwas. Aber ich bin ehrlich, ich stehe dazu, Leute. Und laber nicht irgendeinen Scheiß. Ey, Leute, guck mal hier, das habe ich alles selber aufgeschrieben oder sonst irgendwas. Auf gar keinen Fall, Digga. Das fand ich sehr stark letztens, wo Shirin David das gesagt hat. Dass sie auch einen Ghostwriter hat. Oder auch einen, der so alles, wie heißt das da? Er ist ja ein Ghostwriter. Und viele geben es gar nicht zu. Als Zuhörer, genau, als Zuhörer. Mal gucken, ob Dings kommt. Gib deine Bitch, fick deine Bitch, fick deine Bitch. Meine Güte. Ich sage es nicht. Ich bin immer noch von der Straße wie eine Laterne, Bruder. Sie weiß doch das. Du packst aus bei den Bullen, zahllose Seiten. Du singst so viel, dich sollte ein Pianus begleiten. Das ist für die Diebe, für die Stadt Banditen. Wir sind wach bis sieben und stapeln Riesen. Nein! Da ist er! Gib deine Bitch, gib deine Bitch, fick deine Bitch. Ich weiß doch das. Alle flog. Genau. Da ist er doch, Leute. Ich bin immer dankbar zu sein, denn dieses Leben ist kein Liebesfilm auf Amazon Prime. Scheiße. Dieses Leben ist kein Liebesfilm wie auf Amazon Prime, Digga. War das eine bezahlte Partnerschaft mit Amazon? Ach du Scheiße, Digga. Alle runter auf den Boden, wenn das war. Eine Frage stellt sich. Was ist mit der anderen Hälfte der Käsescheibe? Meine Gegend ist wie Bogotá. Das Tor! Rätsel seiner Meinung. Kreis, groß, gera. Halbe Mille vertickt an Liquid, als er ist nichts. Also bitte, wenn ich mit Rap, dann mit 100 anderen. Busses. Bitch, du machst auf KDP, mach mal lieber Kardio. Ja Mann, alle wollen mich beiten, aber macht ja nix. So als wäre ich in den Topf gefallen wie Asterix. Der war okay, war okay. In den Topf gefallen so wie Obelix. Asterix. Was, warte mal. Asterix, Asterix und Obelix. Warte mal, ich weiß, gelb war nicht mehr. Asterix war der? Asterix. Wer war nochmal Asterix? War das der, war das der große? Obelix war doch der andere oder nicht? Obelix ist in den Topf gefallen, ja. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wie Asterix. Rade, Rade Asterix. Ich bin ein Ausländer, bin ich jetzt kriminell? Ein paar Sekunden später. Ein Wort über Mama und das Feld einschuss. Ja, was soll ich sagen? Dein Cousin treten gerade saß im Bau. Wow. Du liest manchmal Goethe oder Faust. Wow. Faust ist von Goethe Dekker. Wow. Du liest manchmal. Ach du Scheiße, Alter. Oder Faust. Wow. Faust ist von Goethe Dekker. Wow. Also das hat ein Oscar für dich. Very sad news to tell the sports world. Five-time NBA champion, former league MVP Kobe Bryant died earlier this afternoon. So much of the world is just in shock and disbelief. Bryant war gestern bei einem Buchschrauberabschluss ums Leben gekommen. Copy Brian, luxuriöser Schlitten. Nachts im Hinten, gib ihr Doggy Style von hinten. Du Ehrenloser. Pass mal auf, du kleiner Bastard. Ich habe Parmesan auf meine Pasta. Wow. Was? Sehr starker Schreiber. Pass mal auf, du kleiner Bastard. Ich habe Parmesan auf meinen Pasta. Ey. Ach, geil, Alter. Nice gefloat. Ich habe Parmesan auf meine Pasta. Pass mal auf, du kleiner Bastard. Ich habe Parmesan auf meine Pasta. Wow. Ey, das ist einfach richtig geil geschnitten, muss man sagen. Ich feiere vor allem dieses, dieser Übergang, wenn von 4 auf 3 und du dieses, ah, wenn man so rumschreibt. Sehr starker Schreiber. Sehr stark. Die Albträume nehmen mir die Lut. Ihr könnt nix außer mit dem Finger auf mich zeigen. Schweiz macht Druck bei einer Mutter, die allein ist. Die ganze Welt ist gegen mich. Shut up, bitch. Schwere, genau so, Alter. Die ganze Welt ist gegen mich, Digga. Hat die mehrere Millionen auf dem Konto und macht voll die Depressions. Ach, geil. Macht gar keinen Sinn. Die hat doch die Scheiße abgezogen, ja, mit dem Hausmaus, Alter. F steht für Vögel, deine Bitch, komm ins Kondom. Was? F steht für Vögel mit F? Deine Bitch, komm ins Kondom. Was? Was ist das mit der Musik, Alter? Vögel mit F, oder oh mein Gott. Alter. Ach du Scheiße. Das war nice, Digga. Ehrlich. Richtig lustig. Direkt Teil 2, Alter. Wirklich. Direkt Teil 2 hinterher. Die Pupillen sind roter als Mr. Krabs. Tausende Problemen und du fragst, wie es mir geht. Doch du weißt ganz genau, dass deine Mom auf mich steht. Hä? Ich mach das Ding ganz allein. Feature, Feature. Ich ging dreimal auf die 1, die Tage ziehen vorbei, sie sagen Majo Drop, ein Album, es wird langsam wieder Zeit. Wenn ich anfange zu rappen, wird's behindert, afghanischer Löwe wie Simba. Simba, wann war Simba afghanischer Löwe? Ach geil, ey. Oh Mann, hör doch. Platin Casino hat allen Rappern so gegeben. Ich hab letztens sogar noch gesehen, PA Sports macht dafür auch Werbung. Platin Casino hat die Gegend mit mir. Du siehst niemals Hani in Spiegel. Ich bin online auf Platin Casino. Und jage die Mios. Kopf kaputt, immer Platin Casino. Platin Casino, Robert Di Nino. Nur Platin Casino überall. Kim Khalil drückt auf Autostad. Platin Casino für Louis Ohtia. Platin Casino den Namen rappen, weil sie dafür um die 80 blechen. Genau. Und wenn sie uns verhaften, dann sind wir in Handschellen. Mit was denn auch sonst? Was ist eigentlich los mit dir? Schlechte, wenn sie uns verhaften, dann sind wir in Handschellen. Was sagt ihr sonst, Mann? Ehrlich? Ey, das müssen wir noch mal anhören. So was hat man Erfolg mit solchen Lines. Respekt. Und wenn sie uns verhaften, dann sind wir in Handschellen. Mit was denn auch sonst? Was ist eigentlich los mit dir? Ja. 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 Yum yum shrimp flavor. Ja. Ja. Please call me later. Ja. Ja. Renn, renn auf Boost. Ja. Ey. Skrr. Boah. Das war echt... Das war echt... King Khalil's Lines sind Müll wie eine Mülldeponie. Ja. Was machst du? Bin in der Street mit Achschutz. Nein, wir spielen kein Stadtlandfluss. Stadtlandfluss. Künstler, von dem Enno kopiert. Boah, das war echt... Das war echt... Ganz rechts kommt der Side-Typ. Künstler, von dem Enno kopiert. Häng den ganzen Tag nur rum auf Coco Jumbo. Und bestell am Tag viermal bei Lieferando. Ne colico secundi, Kassnier. Seit Tagen nichts gegessen. Bestell viermal am Tag bei Lieferando. Und dann, paar Zeilen später, seit Tagen nichts gegessen. Ruf ins Boulevard Pancake schmeckt. Deine Fanbase kotzt. Meine Fanbase wegsch. Ich hab mir doch wieder am Maximum zwei Arme entblübt. Na umgegeben. Ausgabe wütend. So Mississippi. So. Ich bin großartig. So. Ja. So. 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 Ehrlich, richtig geil, Digga, wirklich, hammergeiles Videos, also das hat er echt geil gemacht, dieser Boxplosive, Alter, lass dir mal schöne Grüße da, Lachkick pur, ehrlich, sweet home and bam, junge, 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 Alter, Boxexklusiv, wie heißt der denn, Boss Explosive, Boss Exklusiv, ja.